Uh, hallo Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück zu neuen Folge Mario Kart. Ja, der gute alte Lakitu da, ist er wieder. Ja, dieser verdammte Lakitu Mensch. Ich hab jetzt endlich den richtigen Controller, den Pro Controller. Ich hab das Kabel wieder gefunden, mit dem man ihn einstellen kann. Und jetzt sag ich euch aber, es läuft gar nicht. Ich muss erstmal die Steuerung wieder... Ja, 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 lass... Junge, deine Fanda, deine Fanda-Handa, Alter. So, die Japaner sind zuhauf in diesem wunderschönen Rennen dabei. Muss man ganz ehrlich sagen. Also, wir haben eine Menge an Japanern dabei diesmal. Ja, weil ist ja auch gerade in Japan wieder Abend. Da zocken die wieder alle, ja. Abend ist ja immer zocken angesagt. Ja, auch in vielen deutschen Haushalten. Nicht nur in japanischen Haushalten, auch bei den Deutschen. Ihr kennt das selber. Ihr zockt wahrscheinlich auch mehr abends, weil mittags, da ist die Schule wieder am Laufen. Da läuft die Schule oder was auch immer da bei euch läuft. Ich weiß nicht, bei mir läuft mittags eigentlich Mario Kart. Weil wir haben jetzt gerade mittags... Ja, bei mir läuft mittags Mario Kart. So, der Mel. Mel, du bist kein Japaner vor mir. Du bist so ein schöner Amerikanese. Die schmarr ich jetzt richtig kaputt, wenn ich das richtige Item bekomme. Ja, ich bekomme immer nur diese Schnellpilze. Das ist natürlich auf der einen Seite eine ganz angenehme Sache. Aber auf der anderen Seite auch irgendwie nicht. So. Oh. Das ist natürlich auch schön. So, was war das? Drei Stück darf ich nur auswählen oder so, ne? Oh mein Gott. Nice. Wow, ich bin erster. So. So. Boah, lief ja richtig gut, Freund. Hoho. Alter. Ich sag euch, ich seh nix. Das gibt wieder Punkte, wenn ich das durchhalte. Die berühmte letzte Runde. Werde ich's verkacken? Bin ich zu nervös? Werde ich's verkacken? Oder werde ich diesmal etwas Gutes schaffen können? Und in die Reihen der Mario Kart Künstler hier eintreten? Da hab ich schon gesehen, da kam der Rote. Weil ich bin Zweiter nur. Wo kommt er denn her? Verarsch mich doch nicht, Kollege. Ich bin hier der schnellste Checker in dem Ganzen. Du! Du Hakashanga lang! Ne! 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 Junge, haut er! Junge, meine eigene Banane! Du verdammter Fackel! Alter! Was ist das denn für eine Scheiße? Ich könnte... Boah, ne! Ja! Komm! Raste aus, Alter! Boah! Ist das ein... Boah, ne! Man würde auf Deutschland jetzt sagen, Apfelmensch. Aber ne! Ne! So eine Scheiße in der dritten Runde, Alter! Mmh! Was ist das denn, Alter, ey? Ich könnte mich aufregen. Ich könnte mich wirklich aufregen über so eine Scheiße. Ich könnte mich aufregen. Echt! So eine dritte verkackte Runde wieder. Gib mir wenigstens Punkte jetzt mal ganz im Ernst, ey! Wenn ich jetzt keine Punkte kriege, ne? Und das Spiel und sonst war, ne? Dann werde ich aber... 16 Punkte, okay. Surina, Alter! Und der... Der Schusinko! Ja, er nennt sich Held! Nix ist er! Ja, äh, hallo! Ja, genau. Ich hab ganz vergessen jetzt. Wir sind wieder im Spiel drin. Mario Kart. Er läuft! Zweite Runde. Da ist er, der Schusinko, Alter. Der hat mich eben richtig weggaut. Gerade ganz vergessen zu reden am Anfang von der Aufnahme. Ich bin richtig dumm. Weißt du, ich träume da noch vor mich hin hier. So! Der Junge, Alter. Der kriegt jetzt richtig gebacken, Alter. Den backst ich jetzt in sein Leben rein. Du verdammter Apfennang. Alter, komm her. Hä? Eben, denkst du dir auch so dritte Runde oder was, hm? Denkst du dir auch so dritte Runde oder was, Kollege, ey? Kollege Schweinsbruck, du. Wenn du mir deine fucking Banane jetzt in den falschen Dingens dahin legst, dann hacke ich dir die Augen aus! Das ist mich versch... Junge! Boah! Du bist aber auch so ein dummer Spacken. Jetzt geh sterben, ey. Ja, und dann geht der da runter. Ich glaube es nicht. Ja, Freunde, ey. Das war ja wohl mit Abstand mal wieder jetzt die größte Scheiße, die ich jemals... Ja, der Tom. Ich hoffe, du hast ordentlich... Ja, was denn? Was denn? Was denn? Was denn? Geh weg mit deinem Roten, ey. Ich hoffe, du hast ordentlich... Ja, fährt der Tom runter. Das ist natürlich schon... Ne, der Tom kennt die Abkürzung. Der Tom kennt die Abkürzung, die ich nicht kenne. So. Tschüssinko, hä? Ich weiß nicht, ob du das warst, aber ich habe da sowas gesehen im Augenwinkel. Ich hoffe, ich habe... Was denn? Tom, Alter. Tom, deine Mutter. Deine Mutter, Tom. Nee, nicht deine Mutter, aber du weißt, was ich meine. Dein Irgendwas. Dankeschön dafür, dass der Erste abgeschossen wurde. Mein Gott, die sind ja... Die sind ja... Ja, komm, komm, gib mir Blitz rein. Fall da, wann? Fall da, mich? Ja, da. Hitsch! Oh, das war knapp. Ja, was denn? Was denn? Wie? Boah, Surina, ey. Deine Mutter. Boah, das ist ja eine richtig tolle... Tolle Kiste hier heute. Wirklich richtig toll. Das sind ja alles auch richtige Profis in dem Spiel, die mich ja überhaupt nicht irgendwie abschießen wollen oder so. Nein, gar nicht. Das sind ja wirklich richtig, richtig lustige Leute hier heute. Also, ich muss sagen, ich kenne natürlich diese ganzen Abkürzungen nicht. Aber solange die Leute fair spielen ohne Abkürzungen, also Abkürzungen benutzen ist ja auch fair, aber weißt du, was ich meine? Solange die Leute irgendwie nicht ihren Super Mario Kart Skill rausholen, habe ich immer noch eine Chance. So, komm her jetzt. Komm jetzt, komm jetzt. Gib mir wenigstens den Zweiten. Ich möchte nur vor dem... Ne. Ich möchte nur... Ja, komm. Nein, du hättest den früher machen müssen. Oh mein Gott, eine Sekunde. Eine Sekunde früher und ich wäre erster geworden. Dann hätte der vor dem Zielpunkt den hoch gemacht und ich wäre noch als Abstauber in das Ziel reingeflogen. Wie so ein Engel. Ja? Dann sowas. Dann so eine Scheiße. Egal, plus 21, wo ist der Shujinko? Dritter. Hä? Hä? Hätt ich dir gegeben, Junge. Held. Held, du. Juhu. Da sind wir wieder in der dritte Runde. Neues Glück. Ja? Die berüchtigte dritte Runde, ja? Noch haben wir nicht die dritte Runde in der dritten Runde, aber wir haben die dritte Runde, Freunde, ja? Die dritte Runde, das ist schon mal ganz, äh... Ja, wie soll man das sagen? Die dritte Runde ist schon mal ganz fördernd für Geist und Seele und Bauch und Ruhm und was weiß ich nicht alles. So, komm jetzt hier. Mach hier keinen Scheiß, diese komische... Was ist das eigentlich für ein Tortenland? Und komisch ist, da ist der Shujinko wieder, mein Freund, Alter. Der Hannebüchen, du. Was ist das denn für ein Scheiß-Sauer... Boah, so shit ist das Kacke, ey. Meine Güte, das ist ja richtig scheiße. Komm da, den komischen Japaner, den hauen wir noch mit weg, ja. Äh, was ist da los, Kollege? Äh, was ist da los, Kollege? So, komm jetzt her. Ich hab absolut keine Münzen, das ist nicht so gut für meinen Speed. Ich brauch unbedingt Münzen. Hier. Oh, das ist nice. So. Jetzt geh ich mich erstmal kurz ein bisschen nach vorne retten. Und mach den mal weg. Yeah, Tom. Was geht? So, und warte ab. Bis du jetzt die Bombe da noch mitkriegst, dann ärgerst du dich nämlich richtig schön. Und wer ist auf dem ersten Platz wahrscheinlich unser Shakalaka da wieder, der Held, ey. Also Shujinko heißt auf Deutsch Held, ja. Das ist das japanische Wort für Held. Oder Hauptfigur in einem Drama zum Beispiel oder so oder in einem Film. So, Shujinko ist der Held sozusagen, also die Hauptfigur dann. Wisst ihr Bescheid? Können auch ein bisschen japanisch, Leute. So muss das sein. Auch, ne. Japanisch. So muss man das machen. Einfach japanisch zocken. So. Was ist jetzt mit euch los hier, ey? Ich krieg zu viel. Wenn ich jetzt wieder geabscht, wenn ich jetzt wieder geabscht werde, ey. Hinter mir ist keiner. Läuft. Wenn ihr mich jetzt abscht, Alter, dann abschle ich euch die Augen aus. Ja, was denn? Was denn? Fängt schon wieder an jetzt. Ich bin noch zweiter Kollege. Ah, da macht man die Karte rein. Mir ist gerade wieder eingefallen, wie man die Karte reinmacht. Ich wusste es nicht mehr das letzte Mal. Aber dann hat es mir jemand geschrieben. So. Ne. Junge. Es fängt an. Es fängt an. Was denn? 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 Schon wieder? Ich könnte, ey. Was denn? Immer. Einfach immer. Es regt mich so auf, weil es immer so ist. Es ist einfach immer so. Es ist einfach immer so. Immer das gleiche. Es ist immer. Es ist immer die gleiche Scheiße. Es ist immer die gleiche Scheiße. Kurz vorm Ziel. In der dritten Runde. Wirklich kurz vorm fucking Ziel. Oh mein Geburtsdatum. Also Punkte. Nice.